Mitten in der Musik hat natürlich mit symphonischer Musik zu tun, mit dem Bruckner Orchester, mit meinen Aktivitäten, Dennis Russell Davies als Chefdirigent. Musikvermittlung ist eine Sache, die uns immer sehr intensiv beschäftigt hat, uns begeistert hat. Und wir freuen uns über ein Publikum, die sich intensiver mit gewissen Werken des klassischen Repertoires auseinandersetzen möchte. Diese Serie geht um Performance, geht um die Situation eines Komponists, als er ein Werk konzipiert und niederschreibt, darüber nachdenkt, was vielleicht in seiner unmittelbaren Nähe passiert ist. Aber vor allem, es geht um die Musik selber und es werden Beispiele gespielt, es werden Instrumente vorgestellt, es werden Instrumentierungskunst der Komponisten vorgeführt. Im Kurzen, es geht um einen intensiveren Blick hinter der Bühne, hinter der Musik, das geschriebene Blatt Papier von deinem Komponist. Wie bringt man das zum Klingen? Musikvermittlung